Ja, danke für die Ankündigungen. Gibt es noch weitere, so spontane Ankündigungen? Falls nicht, dann beginnt jetzt der angenehme Teil des Abends. Sofern das, was ihr heute gelernt und gehört habt, nicht auch angenehm für euch war, ich hoffe doch. Aber der angenehmere Teil im Sinne von Getränke und Snacks. Heute findet im Media Lab kein Barbetrieb statt. Das heißt, für die, die das erste Mal da sind, das läuft so ab, dass man sich das Getränk aus dem Kühlschrank nimmt und das Geld in die Kasse legt. Der Betrag steht am Kühlschrank drauf. Und als abschließende organisatorische Bitte hätte ich noch, dass alle, die auf einem Sessel sitzen, diesen, sobald sie aufstehen, zu uns nach vorne bringt und hier vorne rechts, also von eurer Seite links aufhängt. Und bevor jetzt alle flüchten oder in die Küche stürmen, noch eine Ankündigung zum nächsten netzpolitischen Abend, weil auch uns gibt es weiterhin und wir bleiben im Media Lab. Allerdings, wir sehen uns erst 2017 wieder. Außer ihr kommt zum Chaos Communication Congress nach Hamburg, da sind einige von uns vor Ort. Aber der offizielle nächste netzpolitische Abend in Österreich wird am 5. Jänner stattfinden. Es ist wieder ein Donnerstag und ja, am 6. Jänner ist Feiertag, aber wir haben diesen Termin regelmäßig, jeden ersten Donnerstag im Monat, also auch im Jänner. Und ich hoffe doch, dass einige von euch auch am 5. Jänner Zeit finden werden und dass es euch heute gefallen hat und ihr wiederkommt und weitererzählt, dass es uns gibt. Dann danke vielmals für euer Kommen und genießt den restlichen Abend noch. Applaus 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 Applaus